Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carinas Kritik. Wie ihr vielleicht das schon gemerkt habt, passt der Tor nicht mit dem Bild. Das liegt daran, dass ich dumm war und gestern mit Discord mit ein paar Freunden gequatscht habe, deswegen meine Mikrofoneinstellung geändert habe und das vergessen habe. Und deswegen habe ich ohne Ton aufgenommen. Ja, und bei Carinas Kritik will ich immer meinen ersten Eindruck von euren Geschichten zeigen. Deswegen habe ich überlegt, ob ich das jetzt neu aufnehmen soll. Aber das wäre für mich ein bisschen komisch gewesen, weil ich das ja alles schon kannte. Und das wäre nicht mehr der erste Eindruck gewesen. Deswegen dachte ich, quatsch ich einfach so ein bisschen drüber. Ich weiß nicht mal genau, was ich wann gesagt habe und es ist wahrscheinlich ein bisschen komisch. Also ihr könnt es euch vielleicht ohne Videobild angucken. Aber gut, ich fange mal an. Die Geschichte heißt Zen the Stars Sparkle the Sunwises von Spieler 7, 8. Ich erkenne es gerade nicht. Ja, ich habe eben schon drüber geredet. Für mich hört sich das falsch an, dieses Zen. Weil, und ich bin schon beim Cover im Video. Ah, weil, also ich weiß nicht, ob das wirklich falsch gemacht ist, weil es müsste ja When the Stars Sparkle heißen. Also wenn, wenn du wirklich Wenn haben möchtest. Weil im Moment wäre es ja dann, dann die Sterne funkeln. Also für mich hört sich das ein bisschen falsch an, das Englisch. Aber es kann auch sein, dass du es extra so gemacht hast. Ich weiß es nicht. Und jetzt noch eben schnell zum Cover. Ah, da sage ich gerade, dass der, der Name nicht so gut zu lesen ist. Und, ähm, also wegen, wegen diesem, wegen diesen Strichen. Da würde ich vielleicht irgendwie noch so einen Schatten drüber setzen, dass man es einfach ein bisschen lesen, besser lesen kann. Aber sonst finde ich das Cover wirklich richtig schön. Also auch mit den, mit den Farbgebungen. Ich mag, ich mag Lisa, Lila sehr gut. Der wäre sehr toll. Weiß mich schon voll durcheinander. Ähm, und, äh, ich weiß nicht genau, was in der Geschichte passiert. Also vom Cover her erkennt man das nicht. Mit der Krone denkt man, naja, es geht so ein bisschen ums Königreich oder so. Ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Aber ich finde es sehr schön. Ich finde es, ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Nur wird das mit dem Namen da oben so ein bisschen machen, dass man es besser lesen kann. Okay. Ich mache gerade eine Trinkpause. Das kann ich, kann ich nutzen, um schon mal, um schon mal die Kurzgeschichte, äh, die, die, die Kurzbeschreibung zu lesen. Okay. Ähm, wie gesagt, das ist immer so meine eigene Meinung, die ich hier erzähle. Das habe ich da, glaube ich, auch nicht gesagt. Okay. Ähm, und ich weiß nicht, wie ich die Namen aussprechen soll. Ich habe das ja schon mal, schon mal gelesen jetzt. Aber da habe ich, da sage ich jetzt gerade, dass ich nicht weiß, wie ich die Namen ausspreche. Das weiß ich. Okay. Erin Paluzzo, ein 15-jähriges Mädchen, das in einer Buchhandlung lebt und mit Büchern befreundet ist. Da fange ich mir, ja, Bücher befreundet, das, das, sie mag Bücher halt, ne? Bücher befreundet, das ist ein bisschen komisch. Nola Mernizis, eine 14-jährige Assassinin, die bereut. Und Suna Asentines, Tochter des Herrschers, eine junge Frau, die fliehen will. Da, da habe ich auch gemerkt, dass du immer einen Satz für jede Person machen möchtest. Das ist ganz, ganz gut. Nur der letzte, also mit Suna ist es ein bisschen komisch an. Weil, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum es so komisch ist. Alle haben sie etwas gemeinsam. Sie leben in Durnia, einem Königreich, in dem alles möglich ist. Alte Magie wird von Magiern beherrscht. Es gibt Wege, die manche einschlagen und nicht mehr herausfinden. Dabei sage ich auch, der Satz hört sich komisch an, weil wenn man einen Weg einschlägt, will man nicht herausfinden. Passt er meiner Meinung nach nicht. Es wäre eher so, wenn man den Weg einmal eingeschlagen hat, dann kann man nicht mehr davon abweichen oder irgendwie so. Weil herausfinden hört sich für mich ein bisschen komisch an. Ich will mal in die Kamera gucken, aber das brauche ich jetzt nicht. Da überlege ich gerade, was besser ist als herausfinden. Aber ja, habe ich jetzt, glaube ich, erzählt. Ich bin durcheinander, okay. Doch die Frage, die sich alle stellen, ist immer die gleiche. Wer bin ich? Ja. Gut. Also es ist so komisch, das nachzuerzählen, okay. Ich würde mir noch, also ich finde Knappentext gut. Ich würde mir noch ein paar mehr Tags wünschen, dass man ein bisschen mehr weiß, worum es geht. Weil du hast ja nur so Awards drin und so ganz grobe Überthemen mit Magie, Geheimnisse und so. Also, dass du ein paar mehr genauere Tags machst, was wirklich passiert in deiner Geschichte. Und ja, dann warte ich jetzt mal, dass wir in den Prologen wechseln. Das ist so komisch. Komm, geh in den Prologen. Was habe ich denn doch alles erzählt? Ja, das bitte Text. Ja. Ja. Achso, ob es eine Romanze gibt, habe ich mich, glaube ich, gefragt im Moment. Weil es wurden ja bisher nur Frauen aufgezählt, ob es irgendwie eine Frau-und-Frau-Romanze gibt. Sowas finde ich immer schön zu wissen in den Text einfach. Ja. Geh ich jetzt in den Prolog? Geh in den Prolog. Was habe ich dir das alles erzählt? Oh, das ist ein paar Stunden her, dass ich das jetzt aufgenommen habe. Aber ich habe es vergessen. Komm, geh in den Prolog. Was, was, was habe ich dir das noch alles erzählt? Ja, das mit dem Satz. Ja. Da habe ich, glaube ich, nochmal abgeschlossen. Das sieht die Kurzfristung gut, wenn er bis auf den Einsatz. Ja, das habe ich bestimmt gesagt. Ich denke. Okay, wir gehen in den Prolog. Okay. Du hast einen Prolog, also den Prolog kenne ich ja jetzt schon. Der Prolog ist sehr kurz und ich mache wieder eine Trinkpause und ich trinke jetzt auch irgendwas. Ah ja, jetzt passe ich erstmal das Layout an. Warte, ich muss schneiden. Okay, das ist ein bisschen doof. Ich warte einfach, bis ich das angepasst habe. Oder? Mache ich das doch nicht? Ja, ich lese. Ich lese, okay. Es war eines Tages ein Zeitpunkt, an dem das Abenteuer, das so Abenteuer falsch geschrieben, dreier Frauen begann. Dies geschah in Duornia. Den unvorhersehbaren Duornia. Es stürzt dich oder erhebt dich. Versuch es ruhig. Doch wie wird es enden? Ja. Also ich muss sagen, danach kommt nur noch das, was du schon als Kurzbeschreibung hattest. Und für mich ist das nicht so ein wirkliches Prolog. Also vor allem dich, also du sprichst da mit den Leser an, aber es gibt ja drei Charaktere anscheinend. Und deswegen finde ich diesen, also Versuch es ruhig. Das klingt für mich ein bisschen komisch. Aber es ist wieder meine Meinung, das kann man auch anders empfinden. Also es geht nicht um mich, deswegen. Ja. Und weil danach nur noch die Kurzbeschreibung kommt, hätte man das für mich auch weglassen können. Und auch mit dem Duornia, das kommt ja da oben. Wenn man die Kurzbeschreibung nicht gelesen haben sollte, dann weiß man nicht, was dieses Dunia ist. Dann hätte ich das da oben schon irgendwie, dies geschah ein Dunia in einem Königreich, bla bla bla. Hätte ich das so schon gemacht. Ähm. Ja. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch alles erzähle. Also. Du hättest vielleicht diese Kurzbeschreibung weglassen können und dieses Dunia noch ein bisschen ausführen. Hm. Ja, nur das mit dem Dich. Ich finde das halt komisch, weil es den Leser so direkt anspricht, aber es geht ja eigentlich um die drei Personen und nicht um mich. Also es ist ja kein Ich-Erzähler. Das weiß ich jetzt schon. Deswegen finde ich das ein bisschen komisch. Aber es ist nicht schlimm. So. Okay. Geh ich jetzt in den ersten Kapitel? Geh ins erste Kapitel, Karina. Los. Mach weiter. Mach weiter. Ah. Es ist so komisch, das Video so zu machen. Ja, der zeigt das nochmal mit Dunia. Ja, das habe ich jetzt schon gesagt. Ja. Komm. Geh weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier schneiden soll. Ich glaube, ich werde das einfach nur so die ganze Zeit übersprechen. Komm. Karina. Mach weiter. Es ist natürlich halt nicht so, dass sich dieses scheiß Mikrofon ausgeschüttet hat. Ah. Okay, wir gehen jetzt in den ersten Kapitel. Life of a Bookstore. Und daher sage ich erstmal, es ist aus ihren Palotsos-Sicht geschrieben. Das kannst du, kannst du ruhig so machen. Und, ähm, live auf der Bookstore. Was fällt einem auf, wenn man das liest? Leben von einem Bücherladen. Das hört sich ein bisschen falsch an, ne? Also, ich denke mal, du meintest in einem Buchladen, ne? Dann würde das in der Bookstore heißen, denke ich mal. Also, wenn mein Englisch mich nicht gerade komplett in den Stich lässt, wäre das in der Bookstore. Ja. Ähm. Du, 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 du hast jetzt Erin Palotso da so drüber geschrieben, so in, in, in Sternchen. Ich hätte das eher so gemacht. Also, kannst du, kannst du so machen? Aber ich hätte das eher so gemacht, weil du ja eh den Erzieherzähler hast, dass du während des ersten Satzes einfach schreibst, Erin Palotso blätterte durch das aufgeschlagene Buch. Da weiß man auch, aus welcher Sicht das ist. Und das ist nicht so nervig, weil, wem mit dem, mit dem Sternchen da drüber, weil, äh, in kaum einem richtigen Buch wird das mit so einem Sternchen drüber gemacht, wer da jetzt die Sicht hat, ne? Ja. Hab ich das erzählt? Ich weiß es nicht. Okay. Ich glaube, ich lese gerade. Ich lese auch. Okay. Sie blätterte durch das aufgeschlagene Buch und genoss den leichten Duft des alten, gelben Pergamentes. Die Duft war einfach wunderbar und entführte sie in viele Welten. Sie ließ ihre Augen auf, verschiedene Wörter weilen und nippte an ihrem Tee aus Minzblättern. Der Duft nach Pergament ließ den kleinen Raum alt wirken. Überall standen Bücherregale und die Bücher quollen daraus hervor. Erin mochte es. In den alten Schriften zu lesen, in den alten Schriften zu lesen, wenn das Morgenlicht... Was hab ich da gesagt? Irgendwas hab ich da... Ich weiß nicht mal, was ich da gesagt hab, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hab schon gesagt, dass ich ganz gut finde, dass du ein bisschen eine ausschweifende Erzählung hast, dass du so ein bisschen mehr erklärst, was so rumherum passiert, glaube ich. Erinn mochte es, in den alten Schriften zu lesen, wenn das Morgenlicht verspielt über die Seiten huschte. Das Licht funkelte durch das matte Glas der Ladentür. Dies befand sich auf der linken Seite der Buchhandlung. Auf ihr stand in goldener Schrift geschrieben, Nir Zahners Buchhandlung, jederzeit geöffnet. Äh, da hätte ich diesen... Ja, genau das hätte ich kursiv gemacht, einfach weil das ein bisschen schöner wirkt. Wenn du nicht weißt, wie das geht, du musst, wenn du dein Kapitel bearbeitest, das so markieren und dann erscheint oben drüber so eine Leiste und da kannst du das dann kursiv machen oder fett oder... Kursiv sieht, glaube ich, am besten aus. Ja. Sie selbst hatte vor Jahren mit einem Stift diese geschwungenen Buchstaben auf die Tür geschrieben. Nikolaus Nazinas, der Besitzer, hatte es ihr aufgetragen. Er hatte gemeint, es würde Kunden anlocken, wenn die Tür edel aussah. Erin fand nicht, dass die leicht schäbige Tür edel aussah. Eher gemütlich. Über ihr hing eine kupferfarbene Glocke, die läutete, wenn jemand die holzernen Diele des... Die holzernen Dielen des Laden betrat. Das finde ich ein bisschen komisch, weil da so viele Kommas hat. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, die Kommas dazu. Ja. Sie nippte an ihrem Tee und sah auf das aufgeschlagene Buch, das vorher auf dem Pult lag. Es handelte von Merlin und seinen Hellentaten. Ja, da habe ich jetzt, glaube ich, überlegt, ob das so eine andere Erde ist, mit dem auch Merlin und so, das es ja auch gibt, weil das ist, wenn man sich so eine Fantasy-Welt ausdenkt, ist meistens das, was wir kennen, mehr nicht drin, mit Merlin und so. Also, ist das eine Erde in einer anderen Dimension oder irgendwie sowas? Also, dass es auch unsere Hintergründe hat? Ich weiß nicht, warum ich diese Handbewegung mache. Ja? Okay, ich trinke Pause, ich trinke auch wieder was. Das Pult, das als Kasse genutzt wurde, hatte Erin auf dem Airwalli-Platz gefunden. Dort war so eine Art Abfallhalle der Reichen. Man musste geschickt sein, um sie zu betreten. Sie war mit mir Nikolas über die Drahtzäune geklettert und hatte das kleine Pult über den Draht gehoben. Es war ein Glück, dass sie nicht erwischt worden waren. Das hätte keine guten Folgen mit sich gezogen. Sie wären wahrscheinlich verhaftet oder zur Dienerschaft des Herrschers verurteilt worden. Doch umso mehr schätzte Erin das Pult. Das abgenutzte Holz hatte etwas Beruhigendes, fand sie zumindest. Es war früher ein Schulpult gewesen. Okay, da sage ich jetzt, glaube ich, dass ich das sehr gut finde, dass du so nebenbei quasi einfließen lässt. Dass es so verschiedene Schichten gibt, also mit dem Herrscher und Dienerschaft und Arm und Reich. Dass sie sogar durch Zäune und so getrennt werden. Das ist schön, dass du das so nebenbei erklärst und nicht so hart. Das finde ich gut, wie du das einfließen lässt. Es war früher wohl ein Schulpult gewesen. Die kleinen Furchen strahlten Sicherheit aus. Da frage ich mich, wie Furchen Sicherheit ausstrahlen können. Also, ich würde eher sagen, dass sie so eine Vergangenheit hätten oder irgendwie so, weil Sicherheit ausstrahlen, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Und die war wichtig, um in Dunia zu überleben. Sie versuchte die Gedanken an die Realität zu verdrängen und las die Hälfte einer Seite, bevor sie sich wieder umsah. Sie wartete auf etwas, soweit wusste sie das. Doch ihr Gehirn wollte ihr nicht mitteilen, auf was. Umso unruhig sah sie sich um. Sie musterte den Buchrücken und fragte sich, welcher Abend, da hast du wieder Abenteuer falsch geschrieben. Ich denke, das ist wahrscheinlich so ein Fehler, den du immer machst. Wird ohne Idee geschrieben. Oh, was habe ich gemacht? Aber ich wollte sicher gehen, ob Abenteuer wirklich so geschrieben wird, weil ich mir nicht sicher war. Aber ja, Abenteuer wird ohne Idee geschrieben. Ich dachte, ich hätte das falsch in Erinnerung, aber nein. Sie preisgaben, wenn man sie aufschlug. Die Buchhandlung war nicht groß, doch beherbergte sie aber viele Bücher. Erin hatte viel gelesen, doch sie wusste, dass sie niemals alle hätte lesen können, egal wie viel Zeit sie hätte. Es war irgendwie unmöglich, fand sie. Der hätte vielleicht zwei Sätze rausgemacht, weil er so lang ist. Nikolas traute sie es vielleicht sogar zu. Durch die staubigen Fenster hörte sie, dass Lassinente langsam aufwachte. Ja, da sage ich, dass es schön wäre, zu wissen, was Lassinente ist, wenn du es selbst ausgedacht hast, aber das machst du im nächsten Satz. Aber das schreibst du Lassinente, also da schreibst du es anders. Also du hast das Wort ja wahrscheinlich ausgedacht, dann solltest du es auch immer gleich schreiben. Also wahrscheinlich irgendwie nur so ein Tippfehler, aber ja. War das Viertel, in dem sie lebte. Die Karren der eilenden Händler polterten über das Pflaster. Okay, ich rede da immer noch über das Lassinente, glaube ich, ja. Die Menschen riefen sich Begrüßungen hinüber. Es war schön, das zu beobachten. Es hatte etwas Fröhliches. Und das brauchte Erin unbedingt. Okay, da habe ich jetzt, glaube ich, schon aufgehört, weil ich den Anfang wirklich gut fand. Das Einzige, diese Flüchtigkeitsfehler mit Abenteuer und so. Also es wäre gut, das würde ich dir empfehlen, wenn du selbst, wenn du deine Geschichte Korrektur liest, das einfach auch laut vorliest und langsam wirklich konzentrierst, darauf achtest. Und ja, sage ich gerade, dass das Kapitel ganz schön lang ist. Ja, und dann die Anführungszeichen machst du auch nicht deutsch. Also deutsche Anführungszeichen haben es unten. Habe ich noch irgendwas gefunden? Ich weiß es nicht. Ich sage auch noch, gut, dass du Absätze machst. Das ist sehr gut für den Lesefluss. Habe ich noch irgendwas gesagt? Ah ja, ah ja, 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 da, ähm, wenn du so eine wörtliche Rede hast, brauchst du nicht mit Punkt beenden, wenn es da irgendwie Komma beendete eher die Diskussion, weil damit endet der Satz. Und du beendest den Satz da zu früh. Also Punkt muss da nicht hin. Wenn da Fragezeichen kommt oder Ausrufezeichen, den du da hin machst, ist es okay. Aber Punkte müssen da nicht hin, weil der Satz beendet nicht da, sondern danach. Ach, ich weiß nicht mehr den Fachausdruck dafür, ich habe es vergessen, aber man macht da keine Punkte. Ja. Habe ich noch irgendwas dazu gesagt? Habe ich noch was gesagt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe noch geguckt, ob du Absätze, ja, Absätze machst du. Das machst du gut. Also man kann es gut lesen. Ich fand den Anfang echt gut. Also man hat schon so einen kleinen Einblick bekommen, ohne dass es wirklich so, dass es so vorgeklatscht wurde. Und ich mag deinen Schreibstil mit den schönen Erzählungen. Und ich weiß nicht, was ich jetzt noch alles erzähle. Ja, also wenn ihr das jetzt auch schon richtig schön interessant fandet, dann schaut unbedingt bei ihr vorbei. Ja, das ist ja, das ist gerade mein Resümee. Okay, also wenn du solche Wörter ausdenkst, dann schreib sie immer gleich, weil sonst verwirrt das den Leser. Aber das war bestimmt keine Absicht von dir. Ja. Äh, ich weiß nicht, was ich jetzt mache. Okay, das ist wahrscheinlich wirklich meine Endrede jetzt, was ich gerade schon alles erzählt habe. Also ja, ich denke, das ist wirklich falsch gemacht. Also ich weiß nicht, kann auch sein, dass du das extra gemacht hast. Aber ich glaube, es müsste Wren heißen. Also wenn die Sterne funkeln, geht die Sonne unter. Ich weiß nicht, was heißt Wises untergehen? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich denke, das ist falsch, weil Zen ist ja eher so done. Und deine Kapitelnamen sind halt auch auf Englisch. Und das Leben von einem Buchladen, das hört sich auch nicht so falsch an. Also wenn du mit dem Englischen ein Problem hast, du musst die Kapitel ja nicht Englisch benennen. Du kannst ja auch auf Deutsch machen. Aber wenn du es unbedingt auf Englisch machen würdest, würde ich da irgendwie jemanden drüber lesen lassen, der gut in Englisch ist. Also keine Ahnung, ob du noch in der Schule bist, irgendwie eine Schulkameradin oder so. Oder der Englischlehrer oder Englischlehrerin, wenn du da einen Bezug zu hast. Ja. Also einfach nochmal jemanden drüber lesen lassen. Das ist ja nur ein paar Wörter. Ja. Was habe ich jetzt noch erzählt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Achso, ich habe gerade gewotet, glaube ich. Ich habe es gewotet und meine Carinas Kritik-Leseliste gemacht. Also wenn ihr die Werk lesen wollt, geht einfach auf mein Profil. Da gibt es eine Leseliste mit Carinas Kritik. Da sind alle drin, die ich irgendwann mal bewertet habe. Okay, und jetzt suche ich die Geschichte aus, die wir nächste Woche hören werdet und dann wieder auch ganz normal. Das ist echt schlimm, sowas zu machen. Also das jetzt drüber zu reden, das ist schon ein bisschen komisch. Also nächste Woche, das sage ich glaube ich, weil wir jetzt, also deine Geschichte war ja keine Fanfiction, deswegen sage ich, dass wir als nächstes Forever My Mudblood lesen, weil ich gerne wieder eine Fanfiction, also so abwechselnd. Und dann kommt danach die Woche Angel of Darkness. Aber erst, der nächste Woche erstmal hier, Forever My Mudblood. Das kommt als nächstes. Ja. Und jetzt sage ich glaube nur noch sowas wie, wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal und äh, 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 diesen Standardspruch, ich vergesse ihn jedes Mal wieder. Äh, ja. Ich weiß nicht mehr, was ich jetzt alles erzählt habe. Achso, achso, wenn du willst, dass ich mir deine Geschichte angucke, dann schreibe mir bei Whatpad, entweder privat oder in diesem Carinas Kritik-Buch. Dann werde ich sie in der Leseliste, äh, schmeißen und irgendwann kommt sie dann vielleicht ran. Also ja, ich glaube das sind meine, tschüss, tschüss, ich sag tschüss, tschüss, ich sag jetzt auch tschüss, ciao.